Den diesjährigen Saarbrücker Christkindlmarkt hat die erste Saarbrücker Glühweinprinzessin am 21. November eröffnet. Also ich freue mich sehr, dass ich zur ersten Glühweinprinzessin gewählt wurde und ich erwarte mir davon viele neue Erfahrungen. Ich habe sowas noch nie gemacht und bin gespannt, was auf mich zukommt. Sie repräsentiert den Saarbrücker Christkindlmarkt und seinen beliebten Glühwein. Die Besucher erwarten etwa 80 Stände und natürlich der beliebte fliegende Weihnachtsmann. Vielen Dank.